Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher im Salamandra-Versteck Undercover-Mission. Ist das nicht einfach? Sach bloß. Und danke. Wurmholzbrand. Konditativ hochwertig. Fünfte. Boah. Okay. Ich muss schon wieder was wegschmeißen. Was schmeiße ich weg? Ach, den Eicherspaus ist eigentlich ungerne. Ne, die Kikimon-Clown, die brauche ich ja noch. Die würde ich ja gerne sammeln. Was kann man denn wegschmeißen? Toxin. Was ist das? Grünschimmel. Ja, wir schmeißen das Grünschimmel weg. Den kann man sich auch noch von der Wand pflücken. So, Chefchen-Make-up. Ich schlafe nicht. Ich arbeite. Wirklich. Shh. Ich bin nicht hier, um euch zu kontrollieren. Bitte sag denen nicht, dass ich geschlafen habe. Die würden mich schlagen. Keine Sorge. Ich werde niemandem etwas sagen. Danke. Nehmt das. Es ist ein Rezept. Ich fand es unter ihren Papieren. Petra ist eine Wundertrankformel. Aber irgendwie haben wir die doch schon. Ja. Jetzt noch ein bisschen strecken meine Eile. Ich will schlafen. Alles klar. Soviel dazu. Ja. Also. Ich habe kein Schwalbe mehr. Das ist... ...sau schlecht. Deswegen werde ich jetzt... ...denke ich mal... ...mein Schwert mit Diamantstau präparieren. Vielleicht auch noch hier mit. Mal gucken. So. Oder vielleicht sogar den hier. Ich weiß nicht ganz genau, was das heißt. Wir haben uns mit Magie erhöht. Das ist eigentlich für einen Silberschwert wahrscheinlich geeigneter, oder? Aber egal. Machen Sie das mal so. So. Benutzt das Öl Diamantstaub. Oh, das hält aber lange, du. Wow. Und wir benutzen auch noch einen Schleifstein. Mal gucken, ob das jetzt 50% Schaden macht. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ach, wie? Ach so. Ist der Diamantstaub jetzt weg? Ähä. Alter, das war ja doof von mir. Das war jetzt richtig doof. Also. Das nenne ich jetzt Verschwendung. Aber das wusste ich nicht. Tut mir leid. Aber gut. Außer uns darf hier niemand rein. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und das kennen wir ja schon. Nimm das. Ja, das macht sich bemerkbar. Nein, Geralt. Nicht den Finishing Move. Habe ich jetzt den richtigen genommen? Nein, habe ich nicht. Wow. Okay, soviel dazu. Also, ich könnte mich gerade ohnfeigen, ne? Dass ich hier den falschen Trank erwischt habe. Ne, wir machen so. So habe ich mir das sicherlich nicht vorgestellt. Bewegung. Außer uns darf hier niemand rein. Also, wenn ich jetzt nochmal schalte, dann überlege ich mir was anderes. Ihr wagt, dass die Salam hat sich der Ruf zu fordern? Oh ja, die Überreste im Kopf. Genau. Die habe ich auch vermisst. So. So, gut. Jetzt räumen wir die Bude mal von hinten auf. Ach so, da bin ich hier noch gar nicht gewesen. Ja, klar. So, was habe ich mir beim letzten Mal wettgeschmissen? Genau. Grundschimmel. Gut, damit wird das auch geklärt. Und wir gehen weiter. So, hier noch jemand. Hallo. Hallo. Wie? Ja, wo denn? Wo denn? Wo seid ihr? Typ, ich bin hier. Also, ich weiß nicht, wo du hin willst, aber... Ja. Guck dir das mal an. Siehst du, wie ich das wage? Haben wir noch Waldkauz? Ach, ich habe auch keinen Waldkauz mehr. Nein. Ich habe auch keinen Waldkauz mehr. Hervorragend. Na ja. Auch nicht schlimm. Wow! Oh! Oh, hat der Typ mich erschreckt. Und der nächste. Solange die alle nur einzeln hintereinander kommen, habe ich kein Problem damit. Ach. Sie haben teilweise auch noch gescheite Überreste. Oh ja, und wie. Oh! Na, die da hinten komme ich mich später. So, hier lebt hier jetzt aber keiner mehr, oder? Wow! Was für krasses Zeug! Alles klar, ich muss auch noch jeden einzelnen looten. Wow! Okay, das lohnt sich. Ich habe ja erst gedacht, jeder von denen hat nur Feuersteine. Weißt du, so wie diese Hohlköpfe hier. Ja, aber dann... Aber dann, aber dann, aber dann! Schwalbe! Ist ja der Hammer. Und nochmal. Wieso haben die... Moment, warum haben denn die Schwalbe? Wieso... Besitzen ein paar... Minderwertige Meuchler... Schwalbe? Darf ich das mal erfahren? Klar, ihr könnt euch auch gegenseitig bekämpfen. So, genau. Das ist die Haupthöhle. Da müssen wir uns noch aufräumen. Das wird nochmal heftig. So, ach du lebst doch. Und du auch. Jetzt nicht mehr. Jetzt seid ihr tot. Aber sowas von. Und die Überreste aus dem Kopf. Ich habe auch immer Schwarzpulver in meinem Kopf. Immer sofort griffbereit. Ich kenne das, Leute. Ich weiß ganz genau, wie ihr euch fühlt. Serikanische... Alles klar. Was muss ich jetzt dran glauben? Was ist entbehrlich? Und prägt eh nicht viel? Das hier. Also das kann man für höchstens 12 verkaufen. Also das... Ne. Ach. Ach ja, euch kenne ich ja. So. Du auch noch. Ja, und wir sehen auch hier... Neue extravagante Moves. Die den Gegner wirklich umkloppen. Na. Was ist denn das jetzt schon wieder? Alchemistische... Oha. Okay. Die brauchen wir. Okay. Wieder der Anderlinge. Tschüss. Und das, wo ich sonst immer so heiß auf Bücher bin, die ich verkaufen kann. Ne. Und jetzt schmeiße ich sie weg. Aber das muss sein. So. Habe ich noch irgendwo welche übersehen? Nicht, dass jetzt irgendjemand hier auf einmal schreit. Ich hätte ihn vergessen. Ah ja. Du. Ach manno. Nichts. Das ist meine Erfahrung. Ey. So. So. Die Stadtwache ist auch hier. Was soll ich denn davon halten? Wir haben denn die jetzt so schnell hierher gefunden. So. Hier waren wir ja auch noch nicht drin. Oh. Jetzt können wir wieder bestimmt Taschengeld klauen, oder? Ja. Ist das nicht niedlich, dass wirklich jeder von denen Taschengeld da drin hatte? Ich finde das überaus faszinierend. Ihr persönliches Hab und Gut. Und wir nehmen es ihnen weg. Nicht, dass es sie noch stören würde, denn sie sind ja bereits alle tot. Aber trotzdem, ne? Das ist schon sehr herzlos, was wir hier abfackeln. Ein roter Schal. Nein. Jetzt nicht mehr. Ach Quatsch. Mittlerweile gebe ich mich nicht mehr damit zufrieden. Jetzt reichen nur noch rote Damenhandschuhe. So. Was ist denn in dieser Kiste? Soldatenfusel. Und das. Puh. So, der Herr hat noch ein bisschen Schwarzpulver. Und. Da waren noch Überreste. Du hast auch nochmal Schwarzpulver. Und auch nochmal das. So, hab ich jetzt irgendwas übersehen? Na nun, noch mehr Überreste. Das war aber jetzt nicht ich. Nö. Ja, also. Mittlerweile müsste ich überall gewesen sein. Oh, ich müsste nochmal bei den Chemikern vorbeigucken. Also, da müsste ich doch nochmal kurz nachgucken, ob ich jetzt, ob die jetzt frei sind. Ne, hier war ich. Das ist nicht, ist nicht der Raum mit den Chemikern. Ah. Okay. Sie scheinen es noch nicht realisiert zu haben. Ist auch nicht schlimm. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus hier. Ich kann das nicht mehr sehen. Eine Birne. Und nix. Gute Arbeit. Jesro wartet oben auf euch. Och, Jesro. Hört doch auf mit dir. Wow. Die haben ja ganz schön aufgeräumt, die Herren. Hätte ich euch ja gar nicht zugetraut. Aber sie sind doch alle fast tot. Na, das muss ja ein Kampf gewesen sein. Moment. Ne. Ach, Mist. Ich müsste sie erst aufnehmen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, es gibt ein belegtes Brot mit Schinken-Schenkeln. Aber so. Halt. So. Stapel aufgefüllt. Alles lau. Ciao. Raus hier. Gute Arbeit, Hexer. Ein paar Leute sind gestorben, aber darüber sehe ich hinweg. Notwehr. Gut gemacht. Ohne ihresgleichen ist die Gemeinde besser dran. Und jetzt wieder zum Geschäft. Wo versteckt sich der Hersteller des Fistech? Gellert ist dafür verantwortlich. Schön. Ich werde Beweise und Drogen sicherstellen. Ha. Ha. Tschü. Natürlich nur zum Wohle der Allgemeinheit. Kümmert ihr euch um Gellert? Ausgezeichneter Plan. Vielleicht sollte ich einfach alle töten, die mit dem Fistech-Handel zu tun haben. Oder ich informiere Vincent, dass ihr Waren beschlagnahmt. Was habt ihr für ein Problem? Ihr habt doch, was ihr wolltet. Das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt noch mit euch rede. Aber er teilt mir keine Befehle mehr. Ist das klar? Wie Kloßbrühe. Aber wir müssen uns doch um Gellert kümmern. Fistech macht dein Gehirn weich. Ich erledige das. Macht euch bereit, Geralt. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe meine Tränke. Puh, viel zu tun. So. Dann würde ich sagen, nach der Aufregung erholen wir uns jetzt mal und machen beim nächsten Mal an der Stelle weiter. Bis dann. Vielen Dank.